Hallo Möhrchen. Hallo Möhrchen. Du bist doch das Möhrchen. Hallo Möhrchen. Möhrchen, was ist denn dein Lieblingsspiel? Verbrecher. Verbrecher, wie geht das? Wenn man ein Geräusch hat, muss man schnell Leuchtsachen mitnehmen und den Verbrecher am Leuchten behält und dann flitzt er weg. Du bist mir einfach auf den Arm gehüpft gerade. Ja. Und was ist dein Lieblingsbretzspiel? Scythe. Scythe? Ah, nicht schlecht. Das Kinder-Scythe. Ja. So, dann sag mal Tschüss. Tschüss.